Digitalisierung betrifft die Automobilindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir versuchen die zukünftigen Trends zu erforschen und dann bestmöglich für den Kunden digitale Services zu entwickeln. Die Mobilität der Zukunft für Audi bedeutet vernetzt, emissionsfrei und autonom. Wir arbeiten natürlich an der Digitalisierung in verschiedenen Fachbereichen. Audi befindet sich gerade in der Transformationsphase vom Hardwareanbieter zum Mobilitätsdienstleister. Digital Car Company bedeutet für uns auch neue digitale Services mit neuen Geschäftsmodellen vor Kunde zu bringen. Mein Name ist Pia und ich bin dein persönliche Intelligenz-System. Der Kunde wird in Zukunft das Fahrzeug nicht mal wie bisher nur noch über Knöpfe bedienen, sondern er wird über verschiedenste haptische Steuerungselemente oder Gestensteuerung oder Sprachsteuerung und Eye-Tracking mit dem Auto intergieren. Das Automobil in der Zukunft wird nicht mehr nur wie jetzt als Hardware empfunden werden, sondern vielmehr als ein mobiles, vernetztes Device, was intelligent ist, was antizipieren kann und was auch sehr, sehr viele Informationen aus verschiedenen Quellen für den Fahrer verarbeiten kann. Mein Name ist Cien Poo, ich arbeite bei Audi in der Unternehmensstrategie im Bereich Digitalisierung. Die Produktion des Aufragentums Die Produktion des Aufragentums Die Produktion des Aufragentums